Willkommen bei pflanzen-channel.de. Ich habe gerade mein Päckchen ausgepackt und sieh da, meine Dionaya Wackytraps ist sicher und heil angekommen, sieht super aus. Die würde ich jetzt später eintopfen. Diese Pflanze war nicht gerade billig. Den Preis, den ich bezahlt habe, naja, es geht eigentlich. Für mich schon relativ teuer, 30 Euro. Aber die kriegst du halt nicht überall. Und diese Woche bekomme ich noch meine Darlingtonia Californica, meine Cobra Lili. Und ja, das war es erstmal von mir. Tschüss und bis bald.